Hallo ihr Lieben! Hallo! Herzlich Willkommen bei Do2Self Inspiration und herzlich Willkommen zu einem außerplanmäßigen Video. Es gibt eine Ankündigung, eine Ankündigung von mir. Eva und Bianca sind auch mit dabei. Und zwar will ich euch was sagen, vielleicht haben es schon manche bei Spiel mit mir mitbekommen. Ich bin schwanger. Ich habe den Bauch lange versteckt. Ich meine, hier geht es immer ganz gut. Wir sitzen immer hier so unterm Tisch. Ich bin schon im siebten Monat schwanger und werde schon in so gut drei Wochen in Mutterschutz gehen. Das heißt, ich bin dann erst mal hier nicht mehr zu sehen auf dem Kanal und kümmere mich um mein Baby und habe viele viele neue Aufgaben in meinem Leben und werde dann auch ein Jahr in Elternzeit gehen. Das heißt, ich komme erst so nächstes Jahr ungefähr im April wieder. So lange halten die beiden Mädels hier die Stellung. Wir sind total froh, dass Bianca uns jetzt hier auch mit auf dem Kanal unterstützt. Auch mit eingestiegen ist in unser Team. Wir sind jetzt in drei Jahren gespannt die nächsten Wochen und dann macht die beiden erst mal weiter. Dann machen wir uns ein schönes Jahr ohne dich. Nein, wir freuen uns schon. Wir werden dich ganz, ganz doll vermissen. Wenn ich wieder da bin, machen wir dann einfach zu dir weiter. Wir freuen uns auch schon. Wir freuen uns total für dich. Vielen Dank. Und ich meine, es ist ja auch ein Wunder und es ist ja auch was ganz, ganz Tolles und ja. Es ist einfach wunderschön. Wir freuen uns für Kathi, wie Bianca gerade schon gesagt hat. Wir wünschen Kathi natürlich eine wunderschöne Zeit und ja. Genau. Wir freuen uns natürlich auch wieder, wenn sie in einem Jahr wieder da ist. Genau. Ja, jetzt ist es raus. Wir haben, also ich habe es ja wirklich lange Zeit hier noch nicht gesagt. Ich habe auch überlegt, wie sage ich es euch? Und ihr seid aber einfach schon so lange treue Fans, die unseren Kanal verfolgen. Deswegen solltet ihr natürlich auch die Wahrheit wissen. Jetzt wisst ihr, warum ich erst mal nicht mehr zu sehen bin. Und ja. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr die natürlich gerne auch in die Kommentare stellen. Ich werde versuchen, ein paar zu beantworten. Aber ich glaube, das Wichtigste habe ich schon gesagt. Ich bin jetzt erst mal hier wirklich für ein Jahr auf Do-It-Yourself-Inspiration gar nicht zu sehen. Und ich werde auf Instagram Kathi-Karacho bestimmt mal ab und zu irgendwie einen kleinen Post machen. Mein Baby werde ich nicht zeigen. Das hatte ich auch bei Spiel mit mir schon gesagt. Ich finde, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Und ein Baby kann das nicht entscheiden. Das heißt, ich werde nicht für mein Baby entscheiden, dass ich davon Fotos im Internet veröffentliche. Also freut euch darauf nicht. Ich werde auch nicht irgendwie das Baby hier mit ins Video auf YouTube bringen oder so. Also das schon mal noch mal als kleine Infos für euch. Aber ich werde euch ab und zu mal in Kenntnis setzen, wie es mir so geht, wie alles so läuft. Also wenn ihr mir da folgen möchtet, sehr, sehr gerne auf Instagram. Ja, und für euch gibt es natürlich das ganze Jahr über, bis Kathi dann natürlich wieder bei uns ist, weitere super coole DIY-Videos. Und es gibt, glaube ich, auch bald ein paar mehr Videos noch, ne? Es wird auch ein paar mehr Videos geben. Wir haben viele schöne Sachen für euch geplant. Ihr könnt euch wirklich auf ganz, ganz tolle Sachen freuen mit uns. Ich freue mich auch sehr. Ich muss mich auch noch mal bedanken, dass ich so nett ins Team aufgenommen werde. Genau, ihr habt mich vielleicht auch schon bei Spiel mit mir gesehen. Und ja, ich kenne die beiden schon sehr, sehr lange und freue mich natürlich jetzt, dass ich jetzt auch Teil des Kanals sein darf. Und ich hoffe, ich kann euch auch so gut unterhalten. Und wie gesagt, ich bin auch kein Ersatz, sondern wirklich nur mit einer Unterstützung und weiteres Mitglied. Ich persönlich bin heilfroh, dass Bianca jetzt da ist, damit es einfach hier weiter läuft, damit wir euch weiter coole Videos bieten können und coole Challenges machen können. Das wird natürlich nicht gehen, wenn ich jetzt einfach erst mal am Eck bin. Deswegen sehr, sehr cool, dass du jetzt dabei bist. Danke, Bianca. Und ich glaube, wir werden alle sehr viel Spaß zusammen haben. Genau. Wenn euch diese Ankündigung jetzt überrascht hat, vielleicht möchtet ihr dazu gerne was in die Kommentare schreiben. Ihr könnt auch dem Video einen Daumen nach oben oder einen Daumen nach unten geben, je nachdem wie eure Stimmung ist. Und ja, sonst schaut natürlich unsere anderen Videos. Morgen kommt auch wieder ein Video von uns dreien. Genau. Unser erstes Video zu dritt. Und schaut natürlich auch die Candy Challenge von gestern. Nicht vergessen. Genau. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall jetzt noch die nächsten, also ich sehe euch noch die nächsten Wochen oder ihr mich. Und dann werde ich mich langsam verabschieden und ja, dann sind die beiden noch hier. Also bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.